Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des Shooter Sundays mit Dirty Bomb Und wir sind hier, denn es gibt ein neues Event Fünf Wochen lang werden Suspects frei in der Rotation sein Diese Suspects werden dann gewertet Wie oft welcher Charakter in den Squads der Spieler war Und das wird dann zum Prime Suspect der Woche Und in der letzten Woche werden dieses Prime Suspects dann frei zu spielen sein Und derjenige, der dort dann am meisten in den Squads der Spieler zu finden ist Ist derjenige, welcher einen Mord begangen hat Und ich glaube, ich habe bereits einen Suspect Komm, also eine Suspect-Loadout-Karte Allgemein verrückter Tag Denn ich habe nicht nur diesen Suspect-Dings, aber auch Diesen wunderschönen Die hat er Loadout bekommen Oha Kann ich ihn für die Unkompetenz hier Ja genau Haha, ist eine Vokon Hehehehe Geh, geh Ich habe den F-F-G vergessen, ey Ist ja voll überrannt gerade Beziehungsweise bin ich den Himmel zu schön gejoinnt Das ist vorbei Aber dicke Ich habe den F-F-G Das geht doch ab, Leute. Wow. Ganzhaft. Gut, das war jetzt Bullshit. Was? Ich mein was? Wir sind zum Spiel gejoint, wo überrannt wurde. Ich will nicht Dome. Dome ist doof. Keine Ahnung warum, aber das ist die einzige Map, die extremst deckt. Ich hoffe, dass wir im Verteidigungs-Team sind. Können wir die neu ein bisschen ausprobieren? Das Ziel ist in dieser Woche doch gar nicht drin, oder? Das war's für heute. Oh man, haben wir da echt einen Hacker in der Lobby? Oder ist da einfach nur einer sauer? Oh man, ist da einfach nur einer sauer? Was ist denn da gegen uns? Dann kann man gar nicht überprüfen, ob der Hacker ist. Dann kann man gar nicht überprüfen, ob der Hacker ist. Dann grab die Datacores und get them to the Chopper. Egal, dann geht das sowieso. Egal, dann geht das sowieso. Oh. Oh shit. Landmine, plantate. Upstation here. Anyway. Kräfte nicht. Zu blöd gerade. Sehr schön. GG. Zu blöd. Irgendwas zu treffen. Ehrlich, ohne das Feuer hätte ich jetzt schon wieder verkackt, ne? Ha. Ähm. Ammo und Leer sind ja nice. War ich nicht? Ne? Ja. Hier ist Ammo. Brauch ich jetzt auch mal. Dann hat die. Beide abgeschossen. Beide abgeschossen. Irgendwo ein Spot da. Vorne unten. Dann muss ich so nah ran gehen, um da rauszuschießen. Aber okay. Dann muss ich so nah ran gehen, um da rauszuschießen. Aber okay. Okay. Hi Leute. Hi Leute. Oh. Gut, aber hätte ich auch. Wundert, wenn die mich nicht umgebracht hätten. Wir versuchen... ...den Secondary Objective... ...zumachen. So wird schon gemacht. Versuchen wir zum Main reinzukommen. Meine First. Warte, das ist Gegner verdammt. Oh fuck. Ah ja. Wir hätten ein Debuff, wir hätten ihn nicht gehalten. Doch, wir hätten gehalten werden können. Aber äh... Ich hätte halt weniger gebraucht. Ernsthaft. Ich hasse den. Ich hasse Rhino. Genauso wie Dr. Woom. Hearthstone. Ich hasse ihn wie die Pest. Jeder spielt ihn. Aber ich will nicht wie jeder sein. Ach. Ach. Boah. Ich hat jemanden geaffnet. Ich leckere mich. Ein... Das ist unfair, aua, aua, ich muss anladen, aua. Der Rhino. Können wir doch bitte von der Seite ein bisschen flankieren? Au. Medik? 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 Kein Medik. Nächtchen. Oh, hier. Da hin. Da hin. Wann drum hilft? Dort. Da haben wir immerhin Subjective. Defended. Ja, so maximal 50 Sekunden. Er hat nur 18 Schuss hingefangen. Sieg einer Sau, dass er verliert. Der kann dann überrollen. Weg da. Viele, ausmbissieren. Dann finden wir viele nur 18 5ocoß. flashy fut engager. Eins sollte ins看. ил Presiden. gerçekten, d bittes. Die ganze. Die ganze Asien evento. Die ganze Asien Diagnose glaubtOUGH. Die ganze Asienzung robbelнова upp. Die ganze Asien. Immerpuhr. Die ganze Masen Intois. Jкие meglio. Das Problem ist, ich kann nichts abgeben, weil der Minen sind. Ich will jetzt mal die neue auspüren. Die habe ich nämlich aus dem Gold, aber die Goldwaffe finde ich kacke. Also, nicht vom Skin oder so, sondern einfach die Waffe finde ich kacke. Manchmal, wie schlecht ist der Sniper, das ist auch warum ich den, meinen Vasili nicht benutze an meinen, erstmal alles für SEMMELN. Ah, da haben wir eigentlich gebraucht. Ich glaube, der Krümmers ist einfach nicht gut. Ich bin auf dem Stuhl von 35. So gut. Ganzhaft? So ein... Bullshit. Ganzhaft. Nein, wie geil. Aber stehst du mir da ein bisschen im Weg, da kann ich mir so einen Sniper drücken. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ehrlich. Jetzt war es so. Werfen sollte man trotzdem können. Ich meine, das ist... ...Fucking Sniper. Das Ding nicht zu treffen ist ja... ...Mit dem Ding nicht zu treffen ist ja... ...Ihm... ...Ich würde sagen, das braucht schon wieder Kunst. ...Mit dem Ding nicht zu treffen ist. Ich würde sagen, das ist das Ding nicht zu treffen. ...Mit dem Ding nicht zu treffen. Ah, das ist das Ding nicht zu treffen. Ausprobieren war da nicht. Erkackt haben wir ja auch richtig schön. Aber hey. Wir haben Boni bekommen, nicht gerade wenig. Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch für den Shooter Sunday. Und zwar spielen wir kurz. Verdammt. Ja. Obwohl wir müssten auf Objective spielen. Guck mal was für eine Map das sind. Ob wir auf Offensiv oder Defensiv sind. Ich hätte gerne ein Escort-Ding. Aber Escort-Dinger gibt es gar nicht. Ob ich das für Defensiv sind. Wobei das Quad offensiv auch richtig gut funktionieren kann. Das ich hab auf der Map. Hier ist ein equations. Ausprobieren. Ausprobieren. Wir sind defensiv, okay. Uh, damit will ich das machen. Da will ich das machen. Pass auf. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich ein Schmack kriege. Ich hoffe, dass sehr... Ja, ja. Ich bin ja schon mit dem Messer. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße, ich wollte es an die Decke hängen. Ui, Junge. Äh, in der Mitte. Hier redet sie nicht. What the f... Boah, Junge. Der Handy war nice. Sorry. Aber... Fuck you. Gah! Ja, nice it auch. Na, doof ist. Aber sie checken es nicht. Ha, sie haben sich gefunden. Scheiße, man. Echt? Ich glaube, es ist doof. Ich weiß. Spam. Next. What the f... We stießen jetzt schon wieder gegen, ey. Noch eine, ey. Unschwischen Hier haben wir keinen der defusing kann, sagst du? Haben wirum undsupport Die Leute alle zu inkompetenzen Ja, alles klar Ich hasse es auch, dass ich nie spielen kann, als ich spielen will. Weißt du, ich dachte, ich will Sniper spielen, dann haben wir fünf andere Sniper im Team. Das sind einfach zu viele. Ich spiele mit Nieder ganz gut. Kann nicht wahr sein! Das ist mir aber auch ein bisschen Suspekt, dass der Nieder hat einen Sprung auch machen. Ich habe ihn durch den Sprung gestorben. Ich habe ihn durch den Sprung gestorben. Ich habe meinen Assist bekommen. Ich habe mich für einen Nader, da geht es wieder hoch. Ich kann einfach keinen Sniper, würde ich sagen. Ich habe ihn vor, dass er sich und ich wieder gut wird, dann muss ich ... ... ... Nein, 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 nein Oh mein, ich hab dich schon wiederbelebt, Aua, dann kann ich aber auch nie ernsthaft Der hat mich weggesnackt, da war er aber nicht mal um die Ecke Da hat er mich getroffen, sag mal Alles klar, der ist, der ist mir ein bisschen suspekt, der trifft mich um die Ecke bevor er überhaupt um die Ecke ist Äh Zwei von drei waren Heller, der kann natürlich auch, Alter Da Wo steh ich da am Feuer drin? Wo, wo steh ich da? Ja GG ist vorbei Alles vorbei Ich weiß nicht Ich würd zu gern mal mit diesem grünen Boss im Team sein, um zu sehen ob der wirklich nicht legit ist, also Da war eine Aktion, wo ich gesagt hab, äh, okay Komisch Gateshots, sehr klar Der spielt länger, der ist 35 Ich kann das auch einfach Aber, äh, wie gesagt, die, die eine Aktion mit der, war keine Granate Äh, mich treffen Ohne Ohne Ohne, dass ich ihn sehen kann Äh, um ne Ecke rum Mhm Also, dass der, dass der mich treffen kann, wenn ich ihn nicht sehen kann, das stimmt Das, das kann natürlich sein, ist von hinten oder sowas Aber der kam ja von vorne Und hab mich um die Ecke rum getroffen, ohne, mit, mit Kugeln Machen wir mal ein, ohne, dass ich, äh, gesehen habe, also Ich stand hier direkt, das geht nicht Ah, der Flachmangoli ist, freemade Grüne Boss Jetzt sind wir im Team, mit dem jetzt könnten wir überprüfen, ob der einfach nur gut ist, oder ob der einfach nicht oder ob der einfach wirklich, ähm, nicht so ganz legalen Kram macht Nachher möchte ich noch mal erzählen, ich bin dem Letzten von dem Server gekriegt worden, weil ich angeblich gehackt habe Das fand ich witzig Hab einfach an der Ecke gesessen Ähm, hab regeneriert Nachdem nach dem Feuergefecht ich hab immer so, BÄM Ich wurde gekriegt Ähm, wegen Dexos Verschloß gegen der Steps So, Nexos Security an die hier gegen Bedöhns So Ernsthaft? Ich mein ernsthaft? Voll Evi, ich will Zeit verloren Ja Deck mich bitte Puyo 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 Ich mach Deckung Och Leute 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 Ja, jetzt wird sich einer Er kriegt Deckung, ich nicht, ist klar Ah, der wird doch gerätzt in ich nicht Und ja, ich hätte noch gerätzt werden können Das ist das unlogische an dem Spiel Kannst du Artillerieschlag überleben, solange du nicht da platzst, kannst du gerätzt werden BÄM BÄM Wo ist er denn? Ja Ja, direkt vor dem Ding Danke Und der explodiert nicht mal! Da ist ne Mine! Der löst die sogar aus! Und der explodiert nicht mal! Der explodiert nicht mehr, egal Ja, klar Da ist er Ja Hier möchte ich ein bisschen zugucken Komm mach was Irgendwas geiles Downshot Und ja Das war ein HEDA? Geil Ne, der ist einfach gut Wow Bleibt ständig in Bewegung Der Der spielt's einfach länger Der Der weiß wie was funktioniert Das passt schon an alles Das passt schon an alles Ich weiß, ich werde eigentlich BÄM Ernsthaft Und weg ist es natürlich Natürlich Oh, geile Medik gerade Der rettet sehr schön Dann Das fällt mir so gut Gut Ja! 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 Die Die ne Die Und jetzt der Die ne Ich habe die Zensoren, das ist super Ich habe schon da einer mit geschützt Ah, das ist gut, weiter Unser ist einfach mal hier oben Fuck Und er spottet Putz Ah ja, bam Der war geil War ein nicer header, das war ein Insta-Finish Jawohl Ich habe den dritten von denen rückgerotzt So So Defensiver gehen Entschuldigung Weiß halt so Wir haben mein Device gefunden Ich hoffe nicht Ich komme mir trotzdem nicht weg Oh Ich habe eine Mina, die haben weggeholen Oh Die hätte ich euch auch noch sagen können Gut Gut Was Ich habe eine Leider Ich habe ein wirs Wie wir sind Ich habe eine mit ner Schrotflinte direkt hinter mir und kann mich Insta wegrotzen, weil keiner deckt. Ein Enterprise ist wieder dabei. Voll. Der gefällt mir. Ich hab' euch gestern... G-Geste? Geste. Ich hab' euch gestern gespielt. Der ist nice. Was machen wir? Wup 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 wup! Und weg da. Ich hab' euch in Hardpeech und da. Tada. Und... Plup! Bullshit. Aua. Alter. Wer ist hier unter der Brücke? Wie kann der Artillerie dahin ballern? Das ist ja genauso, als wenn du in... 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 äh... ...massiv überdachtes Gebäude in Artillerie schlagballerst. DoD. Und der durchkommt. Sniff. Ja, ge consegue einen Ov perfekten. Gl envybelt. Äh. 操- Hoi- Das何. Weg. Ja, ich weiß noch was. Jawoll! Ui, jo. Alle drei. Vier. Oh, ich hab' noch. Ja, ich hab' noch einen Schuss in Reserve. Der reicht. Oh, ich hab' noch einen Schuss. Ahaha! Ahaha! Oh, okay. Okay... Das müssen wir aber eigentlich bei dem Objective bleiben dafür... Diese Questen... Naja... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ja... Irgendwie ist der Sniper vom Schaden her nicht so stark, habe ich das Gefühl... Boah Junge... Wenn mein Medic ja nicht... Dazwischen laufen würde... Hätte ich die glaube ich holen können... Meinen ja nur... Nein, das ist nicht cool... Oder läuft das irgendwann ab? Oh... Wo machen wir denn an? Ja! Scheiße... Red Eye... Red Eye... Warte bitte einer da dran und das forschen... Warm... Warte... Seine Umsatz ist einer dran... Ne... Schade... Aber trotzdem ganz okay... Sieht alles rein! So, ich danke dich an der Stelle fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, hau rein, tschüss.